Heute zeige ich euch, wie ihr vier kostenlose Items in Rocket League kriegt. Per Altischarbe ist es nämlich nicht lange kostenlos. Ihr müsst nur auf Einstellungen gehen, dann geht ihr rüber auf Extras und dann klickt ihr auf Code Einlösen. Und hier gebt ihr den Code Rocket League Live ein. Jetzt könnt ihr sehen, wir kriegen einmal hier den Dachaufsatz Braun. Dann kriegen wir hier noch den Spiele-Banner Neonläufer. Und jetzt kriegen wir noch diese coolen Räder und dann noch das RLCS-Team. Und jetzt könnt ihr euch mal die Räder mega nice. Viel Spaß mit den Items.